Ich hoffe, ich kacke diesmal nicht so ab. Lustig. Aber ich verliere doch eh, was wollen die von mir? Ich bin jetzt die Steuerung vom Burnout gewohnt. Du springst immer um. Du bist Instant-Sprung. Bereit. Verdammt, ich habe den perfekten Start verbaselt. Bei mir stehen welche am Start rum. Oh, wie die... Oh mein Gott. Du fliegst bei mir rum, Alter. Scheiße. Wie geil das aussieht. Bei mir schleudert es den einen die ganze Zeit rum. Der eine steht einfach quer auf der Straße. Ja, bei mir auch. Der fährt wirklich entgegengesetzt. Mach mal Schwergewicht an, damit mich der Nook nicht rammt. Ja. Bei mir steckt der in der Wand fest. Bei mir haben sie den Porsche so runtergeschraubt, dass ich die ganze Zeit hinter so ein S4 herfahre. Ja. Ja, bist du. Ich habe dich aber, glaube ich, vielleicht überholt. Nee, du bist immer noch Dritter. Bei mir bist du Dritter. Bei mir... Bei mir... Du hängst bei mir voll in der Wand fest. Jetzt bin ich Dritter. Ja, ich sehe das doch selber. Einer fährt hier rückwärts. Rückwärts. Ich bin im Ziel. Ich bin im Ziel.